Herr Reichert, was ist das Erfolgsrezept für Ihre Lösung in Volkach? Ja, zum einen muss ich sagen, ganz großen Dank an alle Beteiligten. Wir sind hier vor einer Situation gewesen, die Mitarbeiter haben in sehr kurzer Zeit einen Trägerwechsel erlebt, das heißt neue Geschäftsführungen, neue Strukturen, haben gleichzeitig sich in der Corona-Zeit damit beschäftigen müssen, in sehr, sehr kurzer Zeit, binnen neun Monaten die komplette IT, die ganze Softwarelandschaft umzustellen und das ist gelungen, weil zum einen die Mitarbeiter hier, aber auch die Projektmitarbeiter des Hauses, die Kompetenz des Anbieters, der die Cloud-Technologie ins Haus gebracht hat und halt auch nicht zuletzt unseren Projektmitarbeitern extrem gut zusammengearbeitet haben und dafür bedanke ich mich jetzt erstmal. Das zweite ist, welche Schwierigkeiten gab es, Sie können sich das vorstellen, ich habe es quasi ja eben auch schon gesagt, in neun Monaten von null weder Personal noch Lizenzen noch irgendetwas im Haus so etwas auf die Beine zu stellen und dabei gleichzeitig noch SAP abzulösen, ist etwas, worauf wir stolz sind und was wir nicht nur einmal machen werden, sondern auch in Zukunft machen werden. Wir haben Anfragen, insbesondere von mittelständischen Häusern, die auf Basis dieser Erfahrungen auch diesen Weg gehen wollen in die Cloud mit einem funktionierenden browserbasierten Krankenhaus-Informationssystem-Kliniks. Krankenhaus-Informationssystem-Kliniks.com Krankenhaus-Informationssystem-Klinik.com 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 Krankenhaus-Informationssystem-Klinik.com